Wir haben große Vorfreude an der Mannschaft. Das letzte Heimspiel ist eigentlich noch mal ein bisschen was ganz Besonderes. Ich möchte natürlich der ganzen Heimkulisse noch mal zeigen, dass wir zu Hause noch mal die Punkte holen. Ich glaube wieder ein sehr kämpferisches Spiel. Rotmuth ist eigentlich eine sehr gute Mannschaft. Hat einen guten Schützen auf der halben Position, der auch gerne mal aus 15 Metern das Ding oben in den Knick schrauben kann. Also wird ein spannendes Spiel. Ich denke mal wieder die Abwehr muss stehen und dann holen wir uns auch die Punkte hier.